sie so äh beim Magnus hat man ja schon so ein bisschen unsere Probleme weil er mit dem Ding so, da schnurrt er ja ab, Alter. Ich bin ja jetzt mal gespannt, wie die da mit rummockelt, ey, mit dem Trabi da. Eieiei. Wollen wir ein bisschen Wärmung für unser Auto? Kann er sich das direkt mal angucken. So, okay, wir sollen die in der Dings, äh, genau, warte mal, guck mal jetzt mal hier, so, das machen wir mal minimieren, äh, Magnus, äh, Amy Schrauber, Fahrer- oder Sprintrennen mit Amy, alles klar, so, das gehen wir mal zurück auf eine, auf eine Mission, dann machen wir mal rechts rüber, so, zack, teleportieren und los geht's, los geht's. So, wihihi, ja, den Porsche wollte ich mir auch, den habe ich, den liebe ich, den will ich, ja, das ist, das ist, das ist ein geiler Porsche, dann ist, ähm, das ist, ähm, das ist noch, das ist ein R-S-R, dann ist, ach, das ist, der saugt sich, du, das ist ein Sauger, ey. Schön, ohne. Ich kann mir hier mit Autos ausschieben mit Frauen, nämlich gar nicht. Oh, ho, ho, ho. Ah. Ah. doch auch man so bis sonne ja da sie sind vorbei noch mal was geiler dass wir da die kurve hast du mir freuen aber ganz schön versaut du Dreckstaktor 18.23 jetzt wird es Zeit dass wir wieder rankommen guten tag Schatz da bin ich wieder so baby ich liebe es mit der frau zu fahren weil die ist genau meine kragenweite auch wenn das aussieht wenn die kmbh trägt aber dieses hübsches geiles tier frau mensch liebe wesen fleischfresser so oh oh hey mir hat die kopfsam aaa aaa so was ist oh melissa ja aber nur wer bei der challenge dabei ist weiß wo lauf 9 startet die daten findet die in der app holst klar ja okay du bist an der reihe geh gut mit nakai sans auto um hörst du bis später ach wird hinterher repariert und da war es da ich breche ab so ich habe auch nicht mehr viel zeit für das let's play für die aufnahme hier ich muss mich auch gleich fertig machen noch was essen weil ich mich gleich mit dem camelo treffe bei dem schwimmen wetter draußen sollte man nicht in der bude sitzen sondern man hat ja auch real life so aber ich will ja auch für die nächsten dingen euch mal so ein bisschen noch stoff geben so übertrifft die gimmickana besiege amy mit nakai sans ro nehmen wir das noch mit kommen dann machen wir noch mit hier so sprintrennen schwer spiel ja was ist denn ich drück fahrer nach kassans wagen für dieses event kauf ihn in der garage auch leck mich doch am sack gesicht ey zur garage springen jetzt muss ich mir die scheiße kann auch noch kaufen nein hoch ein müll ey vielleicht brauchen wir sie ja nicht kaufen vielleicht kriegt man sie ja so weil er hat sie ja so aber den da der fliegt wieder raus mal los nach kassans borsche jawoll alles klar gerade verlassen ach nein jetzt habe ich den ich hätte mal auswählen müssen morgen bin ich blöd schaust sagt nichts ja ja ich hoffe ich kann mit dem borsa fahren oh mein gottnis hoffentlich sei ja nicht das moped sieht ja nicht schlecht aus gut zurecht getrun ja so ach so ach so ach so so nein gerade betreten machen wir definitiv nicht mal ein frohloch so teleportieren hierhin damit wir das auch starten können jetzt um endlich genauso wie sie so alles klar kommissar aber das kann ja was er besiege eben mit nacken ja das frage ich mich gerade auch abend er ist also nicht mehr aufdrift aufgeladen er ist also nicht so großartig aufdrifts ausgelegt die kurven sauer was aber man muss sagen die kriegt man ja für umsonst aber warum kommen hinter ihren in der europa der gar nicht hinterher hallo wer will ich denn mit dem kack porsche auf einmal rechts abbiegen können hallo 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 also den würde ich mir eher ein bisschen auf trifft einstellen weil mit dieser einstellung komme ich jetzt mal so gerade überhaupt nicht klar ich kann ich sage ich habe es gab noch ein bisschen meine probleme mit dem josh ich habe die auch liebe borsche teckel das war ein komisches fahrverhalten hat das konnte ja schon mit seinem porsche schon gehen aber ich frage mich was die mit mit porsche haben alter die karl ok wir haben auch level ab sehr schön so krieg ich anrufe jetzt kommen wir hier das mit entweder so was ist jetzt kriegt kein anruf oder weit ja komm hier weißt du dann aber dann dann aber dann lass es so markus walker 72 porsche sie machen wir sagen wir haben jetzt auch porsche könnte auch interessant werden wir könnten das nicht fahren da war eine rote warnung aber ich habe ja zu schnell geklickt vielleicht wird es das jetzt noch mal auf m m m m am an m m m also angezeigt fahrer magnus walkers wagen um dieses event bist aber deswegen brauchten wir die karre jetzt kann ich mir die noch mal wiederholen können wir den ding etwas verändern natürlich nicht da irgendwann immer erwähnen wir den mal aus gehen mal raus machen wir das noch mit nennen lalalala also ich habe auch wieder eine runde der baddell aufgenehmtet ja 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 darf nicht fehlen mir macht spaß deswegen gibt es immer wieder mal eine folge von mir mal gespannt mit dem auto so da ist das jetzt hier ja genau so dann los geht los wo man mama jala machen mein handy bringt muss auch zwischendurch mal drauf oh gott jetzt schon gas geben dann merke ich ja jetzt schon die karre also man muss gegen die russ sechs minuten alter bist du blöde ich hab noch nicht den ganzen tag zeit um mit sechs minuten für so einen hirn schiss das gefällt mir schon etwas besser ich lenke noch und die karre fährt trotzdem irgendwie stuhr ich weiß nicht was das ist oder warum das so sein ja ich weiß dass man das war mir garst da fuhr also eine k.i. mit dem weißen f50 also relativ fix gekriegt mit dem porsche muss ich sagen ich bin doch überlegen ob ich mir sage ich wohne mir den eventuell mal liegt mir den auch aufs driften aus weil da macht er ja echt mal gut bluten äh schnitt die habe ich jetzt nicht gesehen ich bin doch mal wieder auf einmal so in die kurve reinsteigt alter börs aber wenn man driften dann kriegt man natürlich auch wieder nitro zusammen ja gegenseitig fahr lieber auf dieser fahrbahn diese der fallwechsel sowieso wieder rüber das был und ich bin total ist ein bisschen mehr ich bin natürlich auch ganz Cara das heisst das ist doch drin das ist ja wobei ich Inte das ist okay favourite denn da bin ich mir Das hat mich jetzt Zeit gekostet, aber heiliges Wildschwein, ey. Das wird jetzt wieder gut machen. Ja, beschreutige mal, du geiles Moped, ey. So, die Hälfte knapp haben wir. Oh, nein. Oh, komm, 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 komm. Oh, komm, komm, komm. Mach die Karre, ey. Mach mal da so gut. Hakige Dingens, ey. Wirst du doch. Wann. Das war jetzt aber absolut gescheiße. Da sind aber so einige Sekunden weg, ey. Bergauf hier, ey. Dann bringt er sich mal die Hinterräder ab. Alter, wie viel Checkpoints, ey. 52 von... Leute, Leute. Was zum Geier. Mann, du blöde... Komm. Du blöde Sau, Alter. Was setzt du mich vor die Wand, ey? Hab ich dir nicht erlaubt. Nein, nein, hab ich nicht erlaubt. Ja. Höhenkopf, wir fahren hier aus. Was ist denn jetzt hoch? Wie, was? Da, da... Fahr doch nicht davor, Mensch. Ich hab... Boah. Dieser Porsche ist ein... Boah. Okay, also mal... Also, ähm... Wenn ich das in der Zeit schaffe, dann bin ich nicht mehr. Alter, ich hab nur noch eine Minute. Halt, da muss er rein. 5, 17, 6, 31, ey. Für ein paar schwule Checkpoints noch. Aber ich da voll mal nicht dagegen... Ey, ich... Nicht gegengerüsselt, ey. Oh, ja, 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 ja. Na, ja, 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 ja. Ich hab mal unten auf die... auf die Karte geguckt. Ich muss doch wieder runter hier. Zu früh. Warum? Ich zeig euch wieder von, ob das Auto will ich. ja wohl letzte Sekunde legt mich an aber nur zweimal Kacke gebaut und dann hätten wir ja nur 615 rausgehauen oder so bestimmt junge 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 gut das hat jetzt ein Ende mit dem Porsche vielleicht hole ich mir denn doch nicht wie jetzt irgendwie etwas schlauer geworden was das ist der richtiges in den Maul das war super jetzt bleibt nur noch eins wir müssen feiern trifft mich drüben im Longhorn ich werde so schnell wie möglich da sein bis nachher Cheers Longhorn treffen und das machen wir noch mit so ach warte mal so zack hier Amy Magnus zack Ort an der Karte anzeigen zack Rute teleportieren und los geht's ok 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 so da nur aber der war denn schon jetzt gibt aber mal gas hier wir haben die kameras aufgebaut und den startklar mal sehen ob das Training was gebracht hat wenn du soweit bist komm vorbei ich weiß dass du gut genug bist alles klar so guck mal er stellt sich wieder Kacke dahin Parkplätze sind gerade aber hauptsächlich Karte so schräg und dann das Red noch rumziehen äh das Recht er flirte mit seiner Blondine ahaha danke man dass das bedeutet mir viel hast du dir verdient kommt Stoßen wir an Stoßen wir an Stoßen wir an Stoßen wir an Willkommen in deinem neuen Leben Rock on Yeah geil Alter ich bin ein Mitglied Oh Mann wie fett alter so Ladebonus fertig so lange Rede kurzer Sinn ich würde sagen bis zum nächsten Mal Danke fürs Zusehen mehhhh aber vorher werd ich noch mal die Karre wechseln muss sein ich will mir meinen Schwätzchen meinen Schwätzchen haben und ähm Ciao mit V Pls